Als die 75-jährige Anna das alte Schmuckkästchen ihrer verstorbenen Großmutter öffnete, war sie auf eine Überraschung gefasst. Inmitten des verzierten Schmucks fand sie ein vergilbtes Dokument, das über 100 Jahre alt war. Neugierig begann sie zu lesen und entdeckte die faszinierende Geschichte ihrer Urgroßmutter, die während des Zweiten Weltkriegs in einem besetzten Land lebte. Es stellte sich heraus, dass sie eine geheime Verbindung zu einer Widerstandsgruppe hatte, die mutig Informationen über die feindlichen Truppen sammelte. Das Dokument war nicht nur eine vertrauliche Notiz, sondern auch ein eindrucksvolles Zeugnis für den Mut und die Entschlossenheit ihrer Vorfahrin. Anna war baff, als sie las, dass ihre Urgroßmutter in einer gefährlichen Mission an einem Attentat beteiligt war, das die Pläne der Besatzer entscheidend beeinflusste und viele Leben rettete. Dieses geheime Erbstück war nicht nur ein Relikt, sondern auch ein kraftvolles Symbol für den Mut und das Opfer, das ihre Familie über Generationen hinweggebracht hatte. Anna war entschlossen, das Erbe ihrer Vorfahren zu ehren und ihre Geschichte zu erzählen, damit der unermüdliche Mut ihrer Urgroßmutter niemals in Vergessenheit gerät.